Herzlich Willkommen zurück. Weiter geht's. Yay. Yay. So, der random ist weg. You did what? Das selbe wie du. Ist gleich der View einfach richtig gut. Kahnem. Ah, hier genau. Huh? Nicht. Die machen Macarena. Ja. Die machen Macarena. Stimmt. Oh mein Gott. Das hab ich gar nicht gemerkt, Alter. Ich auch nie. Oh Gott. Alle machen El Macarena. Das gibt's doch nicht. Jetzt bin ich tot. Lol. Stopp. Steam over fucking late. Okay. Mann, ich hab mich tot. Wiederbeleben. 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 Man, ich glaub ich mach's mit Dampfen. Ich mach's dann doch eher mit Elektrofeuer. Bitte? Oder? Ne, nicht Elektrofeuer, sondern... Ah, SSF nehm ich ja mal. Was war denn das jetzt bitte? Ich weiß ich nicht. Halt, stehen bleiben. Das ist ein Elektro-Typ. Da dürfen wir kein Elektro-Daut machen. Halt, stehen bleiben. Was hast du denn da drauf gemacht? Feuer, tot. Was hast du denn da drauf gemacht? Kein Kommentar. Awesome. Seid dumme, ein Gedanke. Ein Gedanke? Ja, ja, wahrscheinlich. Duhm. Duhm, duhm. Duhm! Duhm! Alter. Ah! Hab' gar nicht drauf geachtet. Jetzt snackt er sich den Kill bevor er mich wiederbelebt. Ja, wenn du so dumm bist und stirbst. vegane küche schon wieder nicht sterben nicht springen jetzt geht's raus das wäre natürlich ziemlich aus wenn wir jetzt einfach in einer session das ganze spiel durchspielen bis auf den boss hier ist springen wieder erlaubt habe ich gehört ja 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 Mann! Willst du dich verarschen? Ja, Triple Kill. Ah, hier brauchen wir vier Spieler. Ja? Ja. Was sagt Fabio? Achso. Ja, wir haben jetzt, warte mal, wer hat jetzt noch Magica 2? Necklas, Fabio. Okay. Die können mich durch... Ja, gut, ich mach das mit den Minen. Meter beliebt mich mal. Nein! Ich komm gar nicht weg und bin tot. Siehst du? Was soll der Scheiß? Alter. Alter. Aua. Was kannst du eigentlich? Wieso? Ich hab die da hinten jetzt umgebracht. Alter. Boah. Äh. Scheiß hat das ja ewig gedauert. Ja. 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 Da bin ich kurz davor die Fähigkeiten einsetzen, das gehört natürlich nicht, oder? So. Moin, da war auch wieder. Was ist denn das da? Ach, das bist du? Oh, nee. Eeeh. EXCITES! Quest! Gleich Mission. Kleine Wahn. Oh, shit. Oh, mein Name. Mhm. Hä? So. Ich höre es mal, ist der letzte Teil dieses Kapitels? Ja. Och, kommen da nicht die Leute mit dem Schwert? Oh, John Schnee. Lemur Protektiv. Lemur Protektiv. Ja, so weit bin ich auch schon. Ja. Er hat dich mit dem Tod gerissen. JAL! Haha. Oha. Mycket lustig. Die Spatz, ein Giganturodatodisch. Und ein Trycklyft, Jördi. Wir sind drin. W廣ier! Da geht denn das Klapp. Oh ja. Nein! 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 Okay, scheiße! Ja! Sehr schön! Hast du unseren Wiederbelebensding wiederbelebt? Oh scheiße, du bist tot! Alter! Tot, tot! Fuck! Nein! Oh, er lebt nur geil! Wie kann man Flächenschaden machen? Nice! Aber nicht ausreichend. Er ist wiederbleiben. Null! 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 Ich löse das jetzt geschickt. Null! 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 Ich platze ja nur Minen. Null! 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 Warum trepp ich den nicht? Noll, du bist... Da heeeack... Das erinnert mich an diese... Diese Füller-Szene aus dem... Aus dem... Update-Trailer Wo man einfach nur alles Explosionen sieht So, jetzt einfach stehen bleiben erstmal und das Spiel beruhigen lassen Boah So, jetzt kommen wir weiter Ah ne Oh, war doch ein Gegner Oh ne Och ne, nicht die Puffmutter Mit Taxas, der Schamane Ja In den schwarzen Gruben von Merdor Ja Der Kriegstroll Nein Nein Aua Ich hab ne Idee Ich mach ihn erstmal nass Nein, hör auf mit Feuer Hör auf So, jetzt ist er nass Jetzt... Friere ich ihn ein Ah Jetzt kommen wir ihn mit Beweis, dass Eis das ablenkt Siehste? Aua Hör auf Ja Hör auf Hör auf Ja Ja. Ja. Oh, scheiße, hat sie wirklich. Komm, ich gucke runter. Ach du, du bist gar nicht mehr ein Leben. Ich hab was ausgetestet. Machen wir den Altar, nee, oder? Warum nicht? Ich weiß nicht, wir haben den doch schon mal gemacht. Oder? Haben wir den gemacht? Ja, haben wir. Oh Gott, fick dich. Scheiße, wir müssen mit Leben angreifen. Lol. Ja, nein, Mann. Das ist ein Feuertyp, machen wir mit Wasser. Ja, wieder beläden. Warum sind sie immun gegen Wasser und warum renne ich? Wieder beläden. Äh, wie war das? Nein, das allererste Mal. Das allererste Mal, oh Mann. Nö, ich komm leider zurück zum Magicka 2 mit Niklas diesmal. Alles klar. Habt ihr schon mal Magicka aufgenommen? Ja. Deswegen starten wir auch in Kapitel 4. Interessant. Interessant. Soweit sind wir übrigens bisher auch sonst gekommen, Niklas. Ich bin übrigens jetzt eine Wassermelone. Und ich muss wieder reinkommen. Ja, mit welcher Tast geht welcher Zauber nochmal? Äh, Q, B, A, S, D. Und, A, S, D, A, S, D, A, S, D, Mobi. Ich muss mal gerade für einen Moment raustappen. So. Ach ja, Seppo. Wollt ihr mal triggern? Nein. Wollen wir ganz sicher nicht. Ja, wie ging denn jetzt nochmal Zauber? Du machst gerade Zauber. Ja, nee. Doch. Siehst du das nicht? Nein. Ach, doi. Ich sehe keine Zauber bei mir, darum bin ich so verwirrt gerade. Ja, gut. Magicka hat ja zwischendurch mal ein paar Bugs. Kill it, Miss Meuer. Ich gebe dir einen Tipp, Niklas. Mach einen Todesschutz. Leute, ich bin tot. Also, doch nicht. Das sehe ich gerade auch nicht. Tot, tot. Wieder mit dem. Das ist schade, dass er getüchelt wird. Ja, aber der Typ, der hier mit uns im Channel ist und nicht redet, der hat mich angesturmt. Aua. Fabio. Don't kill me. Thank you. Ja, Niklas setzt einfach weiter den Zauber ein, weil er es nicht sieht. Frank, getötet mich doch nicht so runter. Okay, wir können ja einige persönliche Details verraten, wenn er weitermacht. Oh ja. Ja. Beispielsweise, ob er einen zweiten Abend hat. Das war eine Drohung. Verlaub mir, Fahrt, Kreml. Auch die Bixer. Ist das Simon Unge? Einmal. Könnte aber hinkommen wegen den Haaren, oder? Aber da müsste er eigentlich bei den veganen Viechern mit sein. Claims. Wir sind nur die Vorhaut unserer Horde. Ich hatte den selben Gedanken. Oh Mann, warum hatten wir alle drei diesen Gedanken? Ich bin von der Brücke gefallen. Oha. Danke, ich bin runtergefallen. Danke. Ich bin runtergefallen. Niklas gönnt sich. So richtig? nicht sterben ja ich werde geheilt ich bin tot wieso sehe ich meine Zauber nicht, Alter, das ist so ein Handy Ich bin tot wieder mit dem Nicklas, weh alert haste, weh alert haste, weh alert haste. Danke. Nein, ich hab Sorgen, zack. Okay, warte mal, wie machen wir den kaputt? Nichts ohne Nicklas! Kein Strom gegen den Stromtypen. Ja, heil ihn noch! Wiederbeleben! Leute! Toast, wiederbeleben. Das seh ich. Hör auf, wie jemand ist das? Tod! Wiederbeleben, Nicklas, wiederbeleben! Weh alert haste! Weh alert haste! Weh alert haste! Mach was! Nicklas! Lass ihn sterben, wir haben den Ding jetzt da. Egal! Lebe uns wieder, Mensch! Ja, ich kann nicht, weil ich doch die Zauberin der Leiste hab! Ja, du hast viel zu viele! Egal, der ist jetzt wieder da. Neun! 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 Alter! Neun! 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 ich glaube du hast ja nicht wirklich viel mitgetan oder du hast doch eigentlich jetzt kommt eine lustige szene wachar in das last nur krakerni doom nicht sogar heilig herrpa in test yelp up sorry we wore a dome yvonne vara nag unding vara borken mit dem mit 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 wir haben die von linden frida linden wir haben haben wir können wir haben Hm eh eh. Joinki Joinki... Joinki Joiki heißt, Blünen. Der Donaren! Nein, Donbarkletten! Jetzt! Jetzt! Game of Thrones-Style! Be a bigger dropper! Smart! Gott! Glorzha Plot-Litpin! Du bist bist! Beste Kampftaktik ever! Lass uns Salz ausleben! So! Er hat seine Gegner denn noch nie gepökelt? Halt, stopp! Das war jetzt Ende, ne? Ja! Mach mal Cut hier Sebastian, ich schneide die beiden zusammen. Ist ja 10 Minuten gewesen, na gut. Ja, dann die Fail und die jetzige. Also bis dann! Ciao! Ciao!